Ganz kurze Mithandlung beim Schnitt. Folgendermaßen, das sind mehrere Parts aneinander geschnitten, sozusagen, weil ich nicht dafür jetzt noch einzelne Videos machen wollte. Da sind zwar Verabschiedungen eventuell drin, wenn ich die nicht rausschneide, aber lasst euch davon nicht irritieren. Es geht direkt im Anschluss weiter. Herzlich willkommen zu einem neuen angenehmen Part von Merzureka. Hallo, guten Tag. Folgendermaßen, die Abstimmung hat ergeben, dass ich auf Twitch schweben soll. Wir können hier mal ganz kurz reingucken. Genau, ich habe nämlich acht Kommentare dazu bekommen, die alle, die meisten waren eigentlich dafür, für, für, für Twitch. Manche waren natürlich für YouTube, viele waren auch bei Instagram und so weiter und so fort für Twitch. Oh, da, genau. Twitch wurde geschrieben, Twitch wurde geschrieben. Ich würde Twitch am besten finden. YouTube, einer YouTube besser, zwei YouTube besser, in dem Sinne haben wir schon drei Twitch geschrieben gehabt. Und das war's. Genau, auf Instagram haben wir auch dann sehr viel geschrieben. Link von Instagram dürfte eigentlich unten in der Videobeschreibung sein. Das ist mal ein offizieller YouTube, Twitch, privater Account, wo ich immer mal wieder irgendeine Scheiße hochlade. ne, ab und zu dann hier halt meine neue Gaming-Maus und so. Das kommt auch nochmal ein Video zu. Das muss ich aber alles noch machen. So, ähm, genau. Deshalb Twitch, die, die Uhrzeiten und so weiter und so fort, der, der ganze Plan dazu, wie auf Twitch, wie ich auf Twitch streame, sieht man das überhaupt noch? Ja, sieht man auch. Okay, wie ich auf Twitch streame und so weiter und so fort und was ich auf Twitch mache und wie ich das auf Twitch mache, kommt alles noch. so, hier hoste ich gerade jemanden, nämlich Lucifer9290, ein Partner. Partner, äh, kommt im nächsten Part oder entweder noch hier im Anschluss auch dran. Hier sind sozusagen drei Parts in einem, wenn das Ganze nicht zu lang wird. Nein, okay. Genau. Hier ist Rick, hier heiße ich auf Twitch mittlerweile, dürfte aber auch der Link unten in der Videobeschreibung sein. Ich gucke Twitch.tv, unterstrich, unterstrich Reiki. Da muss ich halt so machen. So, und, ähm, genau. Wir wechseln direkt im Anschluss ans neue Video. Meine Damen und Herren, wir haben es geschafft. Wir gemeinsam, ihr und ich, wir haben die 300 Marke erreicht und sogar schon überschritten. gestern Abend waren es um 0 Uhr irgendwas, waren es 302. Ist dann aber auch komplett lieber so 301 an als 302. Ihr seid echt Hammer, wenn ich überlege, dass ich vor ein paar Monaten, sogar noch, vor wirklich ein paar Monaten noch, ähm, 250, 240, 230 Abonnenten hatte und jetzt auf einmal, boom, bis zu 60 Abonnenten plus, meine Damen und Herren. Das ist echt krass. Nun ist die Frage, was wird gemacht? Und ich sage euch leider, kann ich im Moment dazu nichts machen. Das nächste Abos-Facial kommt nämlich erst bei 500 Abonnenten, weil ich 300 einfach nur zu ungerade Zahl finde, dass ich da sage, boah, dann muss ich jetzt auch ein Abos-Facial machen. Bei 200 sollte ja eins kommen, das ist ja leider ausgefallen. Bei 100 ist eins gekommen ähm, und jetzt kommt dann das nächste bei 500. Wer das alles mal aufgelistet sehen will, dem kann ich das gerne noch äh, unten in die Kommentare schreiben oder in die Videobeschreibung schreiben unter diesem Video hier, äh, wann was so kommt, wann, wie ich mir das so vorstelle und so weiter und so fort. Eine Cam gibt es demnächst auch wahrscheinlich wieder. Ich habe mal hier so ein bisschen auf, ne, ähm, Amazon jung geguckt. Ja, hier sieht man noch was anderes. Hier sieht man eine Tastatur, ähm, die ich mir kaufen wollte. Aber ich habe eine geile, die, äh, ist noch nicht abgezahlt. So, nebenbei mal eben. Und, ähm, genau. Das dazu. Und nun wahrscheinlich ein dritter Teil im Anschluss. Ich weiß es nicht, Freunde. Entweder ist es das dritte Video im Anschluss zu dem anderen oder ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Ich habe ja schon, glaube ich, am Anfang des Parts gesagt, irgendwie, also wenn das alles aneinander geschnitten wird, ich habe keine Ahnung, wie es geschnitten wird. Ich habe da über, äh, überblick verloren, sozusagen. Ähm, ich habe ja schon gesagt, auf Twitch streamig, ne, hier, ich hoste auch gerade jemanden, nämlich Lucifia1992 mit aktuellen sechs Zuschauern und sie streamt ultra. Und wenn ich sage ultra, dann meine ich ultra lange. Genau. Ähm, sie hat euch deutlich mehr, äh, da man auf YouTube die ganzen Streams nämlich privat schalten kann, werde ich die Aufnahmestreams demnächst dann auch auf YouTube machen, endlich wieder. Meine Güte, ich habe es vermisst. Und die ganz normalen Streams auf Twitch. Ähm, genau. Mein, 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 mein Streams werden ungefähr so zu eineinhalb Stunden gehen, maximal zwei Stunden gehen. Am Anfang erstmal, ähm, werden noch nicht losgehen. Ich muss auch den ganzen Streamplan erstmal bearbeiten und so weiter und so fort. Muss auch noch gucken, ähm, wie erst so alles funktioniert. Hier die Hintergrund muss ich auch mal, sieht man meine Maus überhaupt? Hier mal den Hintergrund muss ich noch bearbeiten. Ihr seht so, die Katze ist da, die Katze soll da ein. Der Controller muss auch noch ein bisschen überarbeitet werden und so weiter und so fort. Wenn ihr übrigens sowas zeichnen könnt und so weiter und so fort, dann, äh, könnt ihr es gerne mal machen. Ich würde mich super freuen. Genau. Also, wie gesagt, muss noch alles überarbeitet werden. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen, angenehmen Part. Ich kriege es irgendwie nicht hin. Keine Ahnung. Nein, da muss ich hin. Folgendermaßen, warum kommen im Moment keine Videos, obwohl hier eigentlich im, äh, Uploadplan steht. Hier könnt ihr euch übrigens angucken. Ist ein mega geiles Spiel. Äh, obwohl Montags steht sie eh, wie wir wissen, Mittwoch steht sie eh, wie wir wissen, Freistaus steht, Far Cry 5, Samstag, Assassin's Suite, Valhalla und Far Cry 5 an Sonntag nochmal. Wo bleibt das eigentlich alles? Und wo bleibt der Stream? Zum Stream, da solltet ihr eigentlich vorher ein Video gesehen haben. Also, nach, keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, Videos kommen im Moment nicht. Ich habe Prüfungen bis zum 9. Juni. Genau, bis zum 9. Juni habe ich Prüfungen. Das heißt, vor dem 10. Juni kommt gar nichts. Daher, meine Damen und Herren, es tut mir leid, aber ich muss an Prüfungen gehen, halt vor, damit habe ich meinen Realfschulabschluss dann, wenn ich die ganzen Prüfungen bestehe und so weiter und so fort und kann dann arbeiten gehen und mein Geld verdienen und kann dann ein besseres Equip kaufen und so weiter und so fort und, ähm, deshalb, ähm, ist das alles im Moment ein bisschen doof. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Ich hoffe nichts, äh, doofes. Nein, okay. Darum, es tut mir leid im Moment, ich muss auch, äh, noch ein bisschen gucken. Ich überlege halt, ob ich am Ende dieses Monats, am 30. wenn die Vorprüfungen sozusagen gelaufen sind, ob ich da mal ein bisschen aufnehmen kann für euch und so weiter und so fort, aber hat mein Kopf qualmtab, jeden Tag immer mehr und mehr und mehr und mehr und ich muss halt ein bisschen auch drauf achten, dass ich, ähm, ne, ein bisschen auf mich achte. So, darum, ähm, entschuldigt mich, ne, wenn Parts ausfallen oder zu spät kommen, aber ich bin auch noch ein Mensch. Daher ist du mal leid. Und das sollte auch eigentlich das letzte Video sein in diesem Mega-Video, ähm, und, ähm, jetzt kommen am Schluss noch, glaube ich, zwei, drei Abonnenten, die abonniert haben. Bis dann. Tschüss, tschüss. Haut da rein, lasst ein Abo da und einen Daumen hoch, wenn euch dieser Part gefallen hat. Folgt mir auf all meinen Social-Media-Plattformen, wenn ihr Lust und Langeweile habt und wenn ihr nicht Lust und Langeweile habt, dann lasst es einfach sein. Ciao. LOL. Danke YouTube for life. Und danke Angelina. LOL. Das war, äh, a little bit unerwartet, aber Dankeschön für die ganzen Abo de Maus. So, meine Damen und Herren, ähm, bevor irgendwas wieder verbreitet wird, hier, da schneidet doch gar keine Videos und so weiter und so fort. Ich bin mal gerade im MovieMater Video Editor Pro. Habe hier meine 1, 2, 3, 4, 5, 6 Videos mit dem, was ich jetzt noch gerade live sozusagen aufnehme, ähm, habe ich 7 Videos und ich bin mal 9 Minuten 10 und so sieht es aus, wenn ich das ganz, ganz klein mache, meine Damen und Herren. Da seht ihr die ganzen, die ganzen Striche vom Schneiden und so weiter und so fort. Ist schon a little bit, also ist schon eine Menge an, an anderen Schneiden. Wenn ich jetzt nie noch Musik drunter legen würde, müsste ich die ganze Musik auch noch schneiden, die Urheberrechts und so weiter, upsah, die ganzen Urheberrechtscheiße und so weiter und so fort, müsste ich da auch noch einfügen.